Wähleweise würdest du lieber fliegen können oder tauchen können für unbestimmte Zeit. Das ist genau die Aufgabe heute, kurz wie du bist du wendet, viel Spaß. Oh, Roxy, wo bist du? Ist eine Woche lang nichts als Ketchup oder essen wir nichts als Senf für eine Woche? Ähm, ich sag lieber eine Woche Ketchup essen, ist doch eigentlich ganz lecker, oder nicht? Ich auch, ich bin jetzt Team Blau und jetzt müssen wir uns eigentlich gegeneinander campen. Oh, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, dass alle lieber Ketchup mögen, ne, als Senf. Senf ist doch ganz eklig, sag mal. Okay, und? Wir sind jetzt... Oh, guck mal, wie viele gegen zwei Leute. Die haben ja gar keine Chance. Iiiiih, bam, 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 bam. Hausie kaputt. Also wir müssen uns heute sozusagen immer auf die richtige Seite entscheiden, ja, wenn ich es richtig verstehe. Also wenn wir quasi eine falsche Seite nehmen, also die unpopuläre Meinung, dann sind wir halt in einem Team, was nicht sonderlich... Ah, gut zu wissen, ja, okay. Ja, 20 Dollar habe ich jetzt schon bekommen. Können wir damit irgendwas kaufen oder so? Wir können gleich... Ja, eine Zaunfo... Hier, so ein Schwerter. Ja, genau. Zaunfo und sowas können wir kaufen. Krass, okay. Und auch viele, viele andere Sachen. Ja, ich bin gespannt. Es geht auch direkt schon weiter. Jetzt bin ich mal auf die nächste Frage gespannt. Und diesmal sagen wir jetzt nicht, was wir lieber machen würden. Oder Hockey spielen. Ich bin ganz ehrlich, Bro. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab mich entschieden. Ich weiß, was du willst. Ich weiß, was du willst. Ich steh auf meinem Ding. Soll ich dir sagen, was du gewählt hast? Ich sag, du hast Fußball spielen gewählt, weil du so ein kleiner Fußballer bist, oder nicht? Nein, nein. Wie? Natürlich? Nein. Du, 100% stehst du bei Fußball. Ich nämlich auch. Ja. Oh. Alter, Gleichstand, Angriff. Fußball, bam. Ja, ja. Wusstest du, dass du so ein Fußballspieler bist, da? Bam, bam. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, aua. Mein Team, mein Team. Ey. Ey, das haben wir getan. Zack. Zack, 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 zack. Aua, die holt mich voll. Ja, wir sind in der Überzahl. Angriff. Ich bin Team Rot. Ja. Ja. Stehen geblieben, du Blöder. Nein. Du bist der letzte Überlebende. Hau da. Ja. Drei. Ja. Lass mich in Ruhe. Du bist der letzte Überlebende, als wenn du so lange überlebst. Ja. Ich war voll weit weg. Das war voll unfair. Das war's mit dir. Tja, Hockey ist einfach besser als Fußball. Ist so. Ein 10.000 Dollar Schwert. Was hast du dir da jetzt gekauft? Hast du dir jetzt gerade irgendwas zu Robachs gegeben? Ich kaufe vielleicht gleich... Ne, das ist 10.000 Dollar Schwert. Das wäre zu krass. Zeig mal. Das wäre zu krass. Wieso? Was hast du dir gekauft? Ja, ich habe jetzt so ein anderes Schwert. Okay, also. Sei so gut wie Cam Newton in seiner besten Zeit. Wer ist das denn? Wer ist Russell Wilson? Wer soll das sein? Keine Ahnung, wer die sind. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also ich nehme Russell Wilson. Der hört sich irgendwie ganz cool an. Ich nehme Cam Newton. Ich google den mal kurz, wer das sein soll. Russell Wilson ist ein American Football Spieler. Oh, richtige Entscheidung. Oh, ich habe ein Minecraft Schwert. Die werden jetzt auseinander gehen. Oh, was? Das sieht voll cool aus, das Minecraft Schwert. Und weg mit dem. Den Haum will kaputt hier, Alter. Was will der? Zack. Der fällt schon hin hier, ne? Da guck mal, wie er wegrennt. Ja, Alter, der, der, der Hosenscheißer. Aber wirklich, der hat ja richtig Angst. So, das war's mit ihm, Alter. 10 XP. Und wie viel Geld hast du schon Level 2? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich habe 200 Dollar schon. Ich kann mir schon das nächste Schwert holen. Wo ist das, wo ist das Geld? Oben rechts bei Waffen siehst du das dann da. Oh mein Gott, so ein Lianis Katana. Oh, ich habe 320 Dollar. Alter, ich habe so ein krasses Schwert jetzt gekauft. Okay, dann hol dir mal auf jeden Fall das Schwert. Habe ich gekauft. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt das Richtige ist. Und starte dein Leben neu mit voller Erinnerung an all das Wissen und die Erinnerung, die du bis jetzt gesammelt hast. Oder erhalte die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Leben noch einmal leben oder Gedanken lesen? Was sollte man nehmen? Schreib es in die Kommentare. Gedanken lesen wäre schon cool. Ja, aber ich glaube, ne, weißt du was? Ich glaube nicht mehr das andere. Weil Gedanken lesen, dann liest du ja auch schlechte und negative Gedanken. Ja eben, dann weißt du sofort einmal, was jeder von dir denkt. Ist so, das ist glaube ich nicht so cool. Okay. Oh, wir sind einer weniger. Ey, wieso ich mein Schwert nicht? Wir sind zwei weniger. Wir müssen ausrüsten. Ah, jetzt habe ich. Ah, 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 ah. Und hau die kaputt hier in die Masse. Wow, der eine hat irgendwas krasses gehabt. VIP-Teile. Ich bin direkt gestorben. Der hat mich direkt geholt. Oh, Hummel, das ist richtig crazy auf die Sachen. So, ich habe jetzt auch mal ein grünes Katana ausgewählt. Bin mal gespannt, ob die das auch wieder schicken. Jetzt haben wir jetzt ein richtig krasses, ähm, was kaufen wir denn hier? Witzkugel? Weiß ich auch nicht. Aber es lebt nur noch ein einziger von uns und die killen ihn hier gerade. Oh, drei, zwei, eins. Ich sage jetzt hier was für Robux. Ja. So, wie viel Geld habe ich jetzt? 9100. Jetzt fehlen wir nur noch 1000 Dollar. Ja. So, es ist einfach billiger, wenn man sich einfach so Geld holt, anstatt alles auf einmal. Ah, okay. So, und jetzt. Oh Gott, die Pause ist vorbei. Gucken wir mal. Also, was kommt als nächstes? 10.000 Dollar Schwerze habe ich gekauft. Ja. Die nächste Frage ist, holen Sie sich einen kostenlosen Vorspeis mit jeder Mahlzeit? Ja. Holen Sie sich eine Mahlzeit ein kostenloses Dessert? Äh. Kostenlose Vorspeise mit jeder Mahlzeit? Oder das ist ja wohl ganz klar, das ist ja wohl ganz klar, was man nimmt, da nimmt ja wohl jeder ein Dessert, oder was? Bist du, Alter. Ich will doch nicht jedes Mal was davor essen. Ja, ja. Ich will doch lieber was danach, schön für einen Abgang. Ich wollte gerade sagen, eine Vorspeise braucht man auch gar nicht immer. Ja. Guckt ihr die da drüben an, die vier Leute. Guck mal, jetzt kriegen die erst mal meinen 10.000 Dollar Schwert ab. Oh, yeah. Hä, ich gebe das auch ein Minecraft Schwert. Das habe ich mir gar nicht gekauft. Du hast gesehen. Lol. Zang. Pass auf. Zang. Zang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, ich habe den zu Pixeln gemacht, wie bei Minecraft. Ich habe ihn eingesperrt. Alter, was hast du für krasse Fähigkeiten, Bro? Ich wurde geholt. Ich bin auch tot. Jetzt hast du für krasse Fähigkeiten gerade. Das ist ein Hammer. Da muss ich ja wieder mal ausprobieren. Das war echt richtig heftig, ne? Das ist doch 1.100 Dollar. Ich kann damit noch irgendwas anderes kaufen. Wir gucken mal, was als nächstes kommt. Level 2, ich bin schon Level 3, ne? Weil ich schon so oft gewonnen habe. Wir haben Werde ein Superheld oder Werde ein Schurke. Hm. Hm. Was ist besser, ist die Frage, ne? Eine Schurke ist schon cool. Eine Schurke, ich guck mal, alle haben so Angst vor dir, ne? Aber das ist vielleicht auch ein Nachteil, ne? Ja, ich will ein Schurke sein. Was? Ja. Ich sage dir, die meisten stehen auf Superheld. Ich gebe dir jetzt noch 5 Sekunden die Chance. Die meisten werden Schurken nehmen. Du schätzt die Leute. Die meisten stehen auf Superheld. Okay. 5 Euro. Nein. Die 5 Euro gehören hier. Lol, ich habe jetzt eine Waffe. Eine Pistole. Ich habe es bisher nicht gemacht. Ja, lol. Das hast du gekauft, dass man Waffen hat. Oh mein Gott. Und alle gehen auf dich. Nein, haut ab. Oh mein Gott. Haut ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist gleich tot. Nein. Was machst du? Ich schieße gar nicht mehr auf dich. Die gehen auf mich nur. Ey, asozial. Guck mal, die haben alle noch so viel Leben. Die sind nur auf mich gegangen. Ja, Mann, Alter. Ja, warte mal hier den Typen. Können wir hier drüben noch den schnappen? Ja, den kill ich. Oh mein Gott, den kill ich komplett. Und der ist gleich tot. Ich muss nachladen. Nachladen. Und den habe ich. 3, 2, 1. Boom. Das war es mit dem Sohn. Ey, die sind alle nur auf mich gegangen. Das ist voll unfair. Hier, jetzt hole ich mir den Kollegen Schnürschuh. Ja, ja, die sehen, dass du das Starcode hast, ne? Ich schalte das jetzt bald aus, dass man es sehen kann. So, hier. Zack. Ich schnappe mir den Kollegen. Und das war es mit ihm. So, alle besiegt. Sehr, sehr gut. Ne, einer ist hier noch. Einer ist hier noch. Den Kollegen hole ich mir auch nochmal. Schön abfeuern hier. Der hat nicht mehr viel. Der denkt auch erst gut, ne? Aber nein, das ist er nicht. Das war es mit ihm. Sehr gut. Ey, die finale Runde, Brock Chips. Jetzt bin ich sehr gespannt. Bekämpfe einen Wolf mit bloßen Händen oder bekämpfe einen großen Bär mit einem Schwert. Ein Wolf mit bloßen Händen oder ein Bär mit einem Schwert. Also, ich glaube, dann nehme ich lieber das Schwert. Denn dann ist man auch sicherer. Selbst wenn auch ein Wolf kommen würde, könntest du ihn mit dem Schwert natürlich tothauen, ne? Aber du musst gegen den Bär kämpfen, ne? Ja, ein Bär ist natürlich auch schwerer. Aber ein Wolf mit bloßen Händen, Alter, hast du mal... Stell dir vor, du würdest sowas machen. Das würdest du gar nicht schaffen. Du kannst ihn auch wegtreten. Ne, mit den Händen ja nur. Wir sind trotzdem, ja. Okay, ja gut. Wir sind auch wieder viel mehr, ja? So. Schauen, hier, er greift nicht. Ich passe noch ein bisschen auf dich auf hier sonst, ne? Du wirst ja hier mal angegriffen. Guck mal, die geht schon wieder auf dich. Ja, ja. So ein bisschen aufpassen hier, ja. Hier unten, jetzt. Hier in der Ecke. Es sind zwei. Es sind zwei neben mir. Ja. Es gehen zwei auf mich. Oh, warte, ich logge die weg. Ich logge die weg. Komm mal, bin ich hier voll. Ich logge die weg. Ich logge die weg. Ja, ich habe ihn nicht gelockt, den einen. Komm schon. Pass auf, hier, der Typ hier. Der Typ hier. Das ist nur der hier die ganze Zeit. Ali heißt der. Ali. Du hörst jetzt auf. Komm her, Ali. Ali, das war's mit dir. Aua, er hat mich weggehauen mit seiner Fähigkeit. Er hat mich gekillt. Er hat Ali geköpft. Ich bin Level ab. Sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr schön. Besser ist das, Ali. Haben wir ja diesmal auch gewonnen ohne Probleme, ne? Laufe mit der doppelten Geschwindigkeit oder Doppelsprung soll möglich sein. Boah, schwierige Frage. Aber ich glaube, ich weiß schon was. Auch wenn es ein bisschen anders ist. Ich habe meine Antwort eingeloggt. Ja, ich meine auch. Ich bin mir ziemlich sicher. Na gucken. Also, ich glaube, du wählst das andere. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, du wählst das andere. Also, ich muss schon sagen, das wäre halt auf jeden Fall viel entspannter, wenn man das hat. Also, doppelte Geschwindigkeit, safe, cool. Doppelt so schnell. Fertig. Oha. Oh, ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Ziemlich geteilte Meinungen. Ja, das stimmt. So, geht alle zuerst auf Brock, schnell. Das ist wenigstens meine Teams. Ja, guck mal. Wir gehen alle nur auf dich. Wir gehen alle nur auf dich. Boom. So, komm, ich schreib mir ein paar andere hier. Wo sind noch ein paar Blaue? Hier drüben noch. Aha. Zack, zack, zack. Aha. Kollege Schnüsch, das war's mit dem. Oh mein Gott, es sind vier auf mich. Und das war's auch mit dem hier. Oh. Boom. Zwei geholt. Sehr gut. Oh Gott. Jetzt hol ich mir den hier. Ja, den auch höre ich. Und du bist der Letzte. Du bist der Letzte. Ja, ich hab alle geholt. Ich hab alle vier geholt. Es sind noch zwei Blaue. Oh ja, du hast echt. Ich erinnere aber nicht auf die Blauen. Guck mal, die haben noch alle altes Leben. Oh, 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 oh. Alter, ich hab alle gekillt. Ich hab alle gekillt gleich. Mann. Warte, ich hab alle gleich gekillt. Weil ich den gekillt habe, hab ich alle Spieler getötet. Warte. Doofes Spiel. So, ja. Ich hab alle geholt, weil ich der Beste bin. Freunde, ich hab auch am Ende alle gekillt. Wenn es euch gefallen hat, ist es mir gerne mal ein Like und noch ein Abo. So, natürlich. Wenn ihr euch gefallen hat, checkt euch jetzt von den beiden Videos aus. Wir sehen uns morgen nächsten Video. Ich hab noch einen guten Tag. Bis dahin und ciao, ciao.